Parallel Riesenslalom oder wie ich es nenne, eine weitere Art, die ganzen anhaxeten Banditen Next Level zu demütigen. Da sehen Sie mal selber, wie das ausschaut, wenn Sie fahren, als hätten Sie einen Bibelschwanz unter der Schenschwache. Jetzt hat mich Manchester United auch noch angerufen, sie haben sich zwischen mir und einem Heimhoff Pfeifenberger leider für mich entschieden, habe ich gesagt, ich habe zwar keine Zeit, dass ich hinfliege zu euch, aber überweist mir mal sieben Fetzen und ich saniere euch die Würstelbudde über Skype, because I'm walking on sunshine. Jetzt werde ich mir selber schon unheimlich, ich glaube, ich habe für RTL geschaut, wie jeden Riesenslalom.